Heute geht es um künstliche Intelligenz. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge der Online-Geister aus unserem Studio im Halle an der Saale bei Radio Korax. Hallo Christian. Hallo Tristan. Und hallo Zuhörer oder Zuschauer beim Livestream. Und bevor wir jetzt noch zu viele Leute begrüßen, würde ich sagen, bringen wir euch erstmal auf den aktuellen Stand. Es hat hier wieder einiges getan. Oh ja. Online-Geister, Hausmeister Rhein. Letztes Mal ging es um Social Media in Deutschland 2020. Genau, Folge Nummer 43. Die war sehr ausschweifend und auch sehr grundlegend an einigen Stellen, aber auch wieder sehr ausführlich. Ja, auf unserer kapiert Skala, wo 0 Laien geeignet und 10 Fachidiot ist, würde ich das Ganze jetzt vielleicht auf einer, sagen wir mal, 6 anordnen. Also wir haben sehr viele, also wir haben, ich denke, schon einen guten Überblick gebracht. Aber wenn man sich mit den Plattformen nicht groß auseinandergesetzt hat, werden das wahrscheinlich böhmische Dörfer sein für die meisten. Also ich fand, man hat ziemlich, ich habe jetzt nicht nochmal reingehört, ich hatte einfach keine Zeit letzten Monat, mich nach der Produktion noch mit zu beschäftigen. Aber ich erinnere mich daran, dass wir sehr ausführlich auf jede Einzelplattform eingegangen sind und zumindest mal kurz erwähnt haben und gesagt haben, worum es da geht. Also wenn er mir die Folge gehört hat und jetzt mal zum ersten Mal was von Xing hört, dann würde er sagen können, jawohl, Xing ist das für Berufsnetzwerk in Deutschland. Okay, also wie würdest du es für dich einschätzen? Ich hätte eins gesagt tatsächlich. Okay. Ich habe jetzt gar nicht so krass in der Verknüpfung mit drin, also schon welches Netzwerk gehört wohin. Aber ich war jetzt nicht so, dass da jetzt was dabei wäre, was man schwer verstehen könnte. Okay, dann würde ich sagen, liebe Hörer, hört es euch selbst an. Wir stimmen da jetzt anscheinend nicht so ganz überein, aber das ist ja auch mal ganz interessant. Sagt eure Meinung, wenn ihr gar nichts verstanden habt, dann sagt uns das. Wenn ihr es toll fandet, dann sagt uns das. Für Online-Geister.com-Folge 043, Folge 43 war das. Genau. Dann eine Folge, eine Folge, eine Meldung in eigener Sache. Der deutsche Podcastpreis steht an und wir sind nominiert worden. Genau. Eure Stimme für unsere Stimmen. Stimmt für uns ab. Vielen Dank an, wer immer da entschieden hat, dass wir nominiert sind. Wir haben uns nicht selber beworben. Wir haben von dem Bekommen hier nominiert. Vielen Dank dafür. Unter deutscher-podcastpreis.de könnt ihr abstimmen. Wenn ihr direkt zu uns wollt, dann slash Podcasts slash Online-Geister. Das Ganze werden wir euch natürlich auch noch in den Shownotes verlinken und abstimmen bitte bis 29. Februar 2020. Also für den Podcast, den ihr am besten findet. Wir wollen natürlich, dass wir da mit dabei sind in der engeren Auswahl. Genau. Also wir würden uns freuen, wenn ihr uns eure Stimme geben würdet. Ihr könnt natürlich Tenniset auch für andere stimmen, aber vielleicht wir zuerst. Und dann könnt ihr ja mal schauen, was es noch so alles für andere Podcasts gibt. Also es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn du mit verschiedenen Computern oder Endgeräten abstimmst, hast du auf jeden Fall mehr. Aber wie die Mechanismen genau funktionieren, da gibt es auf jeden Fall Übersichten. Wir wollen es jetzt vor allem erstmal erwähnt haben. Mir fehlen ein paar Podcasts, also ich würde noch den Plauschangriff empfehlen, ich habe nicht geguckt, aber schon auch nominiert von Rocket Beans. Ja, machen wir weiter, Meldung Nummer 2. Die Meldung Nummer 2 ist nämlich auch ein bisschen ausführlicher, deswegen braucht ihr etwas mehr Zeit. Diejenigen, die bei uns den Livestream bei YouTube mitverfolgen, in dem Fall wäre es unter unserem Handle der Seminar an der Stelle, kam es ja schon in der Übersicht. Clearview AI lässt Überwachungsalpträume wahr werden. Oh nein. Es ist auch gar nicht mal wirklich übertrieben, kurze Zusammenfassung. Es gibt ein, ich grunde bislang völlig unbekanntes Unternehmen, das sich Clearview nennt, US-amerikanisch basierend und hat nach Ermittlungen der New York Times, also die haben da jetzt einen recht großen Beitrag vor kurzem veröffentlicht, verlinken wir euch auch alles in den Shownotes, da könnt ihr die ganzen Quellen auch nochmal in Ruhe nachlesen. Und aus Meldung der New York Times hat Clearview mehr als drei Milliarden Fotos von menschlichen Gesichtern aus dem Netz gefischt und daraus halt eben eine Datenbank zusammengestellt. Was an sich jetzt nicht so neu ist, aber halt eben in der Größenordnung einmal neu ist und das Geschäftsmodell ist halt eben auch so eine schöne Sache, denn die verdienen halt das Geld damit, dass sie halt diese gesichtserkennende Software zusammen mit den Gesichtern verkaufen, also alle Behörden und so weiter. Zu klarstellen, es waren drei Milliarden Fotos, nicht drei Milliarden verschiedene Gesichter. Die haben jetzt nicht drei Milliarden Personendatenbanken, sie haben drei Milliarden Fotos, wo sie dann gucken, welche Personen gibt es. Da gibt es ja von einigen Personen hunderte Fotos im Netz, von anderen nur ein paar. Ja, trotzdem wirst du auf jeden Fall mehrere hundert Millionen Leute wahrscheinlich zusammenbekommen haben. Okay, aber das ist nicht, es ist immer noch sehr viel, aber es ist nicht drei Milliarden Personen. Drei Milliarden Fotos von Personen. Das ist zumindest das, was die New York Times weiß und da war halt einfach das Problem, zum einen das Unternehmen ist kaum bekannt und die haben zum einen ziemlich dubioses Versteckspiel gespielt mit ihrem Unternehmen an sich. Also es gibt eine Webseite, auf der lange Zeit falsche Adressdaten drauf waren. Es gibt im Grunde keine Social Media Präsenz. Der Geschäftsführer von denen hat als John Good sich bei, ich glaube LinkedIn war das, ausgegeben, was nicht mal sein echter Name gewesen war. Also das hat schon so ein bisschen Geschmäckle bei sich einmal. Okay. Und das Problem ist halt eben dieses, ich weiß nicht, diese, ja irgendwo dystopisch anmutenden Versprechungen, die dieses Unternehmen halt macht. Also Kunden aktuell sind unter anderem, das ist von den New York Times bestätigt, Polizeistellen in Florida, das FBI und das US-Heimatschutzministerium beispielsweise. Ja klar, die wollen das haben. Die möchten halt eben an diese Fotodaten ran, mit denen man halt eben Leute identifizieren kann. Ist mal Überwachungsstaat irgendwer da draußen? Äh, ja. Für einige wird ein Traum wahr. Ähm, ja. Und das ist halt eben das aktuelle Problem an der Stelle. Zum einen, wir haben da schon in ähnliche Richtungen gehend, also mal Face-ID bei Apple. Was wird da gemacht? Da werden natürlich Fotos gemacht der Leute und darüber dann quasi die Fotos, die Gesichter Leute als Ersatzpasswort verwendet. Und es gibt ja auch die Vermutung, also ist ja schon bestätigt, dass damit oder auch andere Face-Apps, die ihr Gesicht verändern, so Gesichtserkennungsprogramme, KIs trainiert werden, um bessere Gesichter zu erkennen. Genauso gibt es auch andere Unternehmen, wie zum Beispiel Criteo, das ist ein französisches Unternehmen im Werbebereich aktiv. Also es ist das bekannteste der unbekannten Werbeunternehmen. Ähm, und die machen sowas vergleichbares, indem sie halt nicht Gesichter erfassen, aber halt eben, ähm, die IPs und die Konten von Menschen im Internet erfassen, also dass man halt eben, ähm, Multi-Channel-Marketing machen kann. Also ich bin bei Facebook, geh da weg, geh auf eine, ähm, Shop-Seite, krieg dort Facebook-Werbung angezeigt oder geh von der Shop-Seite auf eine Twitter-Seite, krieg dort dann die Werbung von dem Shop angezeigt, wo ich gerade war. Also dieses lückenlose Erfassen eines Nutzers über verschiedene Plattformen hinweg. Da ist Criteo zum Beispiel schon, ähm, sehr, sehr verbreitet, ähm, und genauso auch der gesamte Cambridge Analytica-Skandal 2018, da hatten wir ja zu der Zeit auch einen eigenen Facebook-Jingle gehabt. Äh, das ist jetzt eigentlich eine, ich sag mal, dieselbe Scheiße 2.0, nur, hab ich den Eindruck, inzwischen interessiert es keinen mehr. Ja, das ist halt eben Normalität geworden, muss oft genug damit kommen und dann, ja, oh mein Gott, kann man nichts mehr gegen tun, ne? Ja, das ist irgendwie so, nachdem es einen Massenmord gab, sagt man bei jedem neuen, gab's schon mal, das heißt auch nichts Neues mehr. Ja, dass jetzt hier Karambadjabi aus Halle in die Scheibe geschossen wurde, ist ja, mein Gott, das sind schon mal natürlich gestorben in Halle, das ist auch nicht mehr so groß. Also das ist unser Bundestagsabgeordneter, möchte ich nur mal kurz anmerken, für die Leute, die ihn nicht kennen. Also ich glaube, inzwischen kennt ihn jeder, aber dass aus Halle kommt, weiß vielleicht noch nicht jeder. Das ist Bundesabgeordneter für die SPD aus Halle, hat das Bürgerbüro hier mit seinem Konterfei groß auf der Scheibe drauf und das sollte er ja mitbekommen haben. Aber das einfach nur für diesen Clearview-Fall und das ist ja so ein bisschen schon in unsere Richtung gehend vom Thema der Sendung, was dann folgt. Clearview AI, künstliche Intelligenz, in dem Fall maschinelles Lernen eher, aber zu den Feinheiten kommen wir noch. Wie geht's denn um künstliche Intelligenz oder ähnliche Sachen auch bei dem Barcamp, was geplant ist für September? Wir planen es auf jeden Fall mit ein. Also wir haben für den 19. September 2020 in, trotz aller Situationen, immer noch unserem wunderschönen Halle an der Saale, ein Barcamp zum Thema digitale Kompetenz geplant. Und Details folgen, aber haltet euch schon mal den 19. September, wenn ihr in, das ist ein Samstag, genau, ein Samstag, Samstag, der 19. September 2020. Wenn ihr in Halle wohnt, wenn ihr in Magdeburg wohnt, in Leipzig oder in Erfurt oder in Berlin, das ist alles in maximaler Stunde erreichbar. Haltet euch den 19. September schon mal frei. Details kommen dann hier bei den Online-Gastern. Dann als Einstimmung ein weiteres passendes Lied zum Thema vom, ich weiß nicht, ob es eine Band ist, ob das wirklich ein Programm ist, nennt sich Master Boot Record. Die Selbstbeschreibung ist ein 486DX, 33 Megahertz, 64 Megabyte Prozessor, Avantgarde, Chip Tune, synthetisiert Heavy Metal und klassische symphonische Musik, 100% künstlich, 100% dehumanisiert. Und deswegen haben wir jetzt zum Album c.backslashcheckdisk.fconfig.sys. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einigen, weil es eine eigene Sache. Du willst Fakten, Tipps und Content zu Social Media. Du willst es in zwei Minuten oder weniger lesen können. Du hättest dazu gern eine professionelle Meinung. Und das soll noch persönlich und sympathisch sein. Dann melde dich jetzt für zwei Minuten an. Monatlich, kompakt, kuratiert. www.onlinegeister.com slash newsletter